Ich begrüße Sie recht herzlich zu der heutigen Veranstaltung von iGoAhead, von der iGoAhead-Initiative. Mein Thema heute ist IBMI und Open Source Software, kurz IOSS abgekürzt. Und dieser Bereich wird im IBMI-Ökosystem immer wichtiger. Und viele von uns fragen sich, was bringt uns das? Wofür ist das gut? Braucht man Funktionen aus diesem Bereich? Braucht man sie nicht? Das lässt sich sicherlich alles diskutieren. Das kann man von der einen Seite sehen, das kann man von der anderen Seite sehen. Aber grundsätzlich sieht dieser Bereich, sag ich mal, hat schon einen erheblichen oder gewissen Stellenwert für die IBMI-Klientel und die entsprechenden Systeme da. Grundsätzlich, mein Name ist Klaus-Peter Lutkus. Ich befinde mich hier in Bremen bei der Firma EPOS. Bevor wir uns jetzt Open Source Umgebung näher angucken, die Open Source Umgebung näher angucken, stellt sich dann die Frage, Quo war des IBMI? Wohin geht das System? Das ist eine Frage, die heute in Unternehmen sehr oft gestellt wird. Es ist fast ein Klassiker, dass neue IT-Leiter kommen oder neues IT-Personal kommen und sagen, oh Mensch, AS400, altes System, was kann man da noch mit anfangen? Ist das überhaupt tragfähig in der Zukunft? Denn im Prinzip IBM oder die AS400, jetzt ganz bewusst der Name AS400, war ja ein, sag ich mal, tragendes Konzept in der Vergangenheit ab 1988. Und die Eckpfeiler dieser Entwicklung waren für die damalige Zeit und auch für die Jahre, die danach kommen, schon sehr tragfähig. Das Anfangs-Design war letztendlich, dass wir es hier mit einem Anwendungssystem zu tun haben, deshalb auch AS, Application System. Im Prinzip, die Technik dieses Systems stand im Hintergrund. Es wurde auch verkauft als das Operatorlose System. Es war für eine interaktive und Stapelverarbeitung gleichermaßen, ja, designt und auch fähig. Und letztendlich, was auch heute noch immer bemerkenswerte Merkmale sind, ist die hohe Stabilität des Systems. Vielleicht so als Funfact am Rande. Es gibt Untersuchungen zu den durchschnittlichen Down-Zeiten von Systemen und die derzeitige Analyse oder die Analyse hat ergeben, dass die Down-Zeit von Power-Systemen, die Nachfolgesystemen der AS400, eine durchschnittliche Down- oder Verfügbarkeit von 99,9999 Prozent haben. Das entspricht letztendlich einer Down-Zeit auf das Jahr gesehen von, ich sage mal, zweieinhalb bis drei Sekunden. Das ist natürlich, und das ist ein Wert, der konkurrenzlos einmalig da ist für Anwendungssysteme. Und letztendlich hohe Stabilität, Lauffähigkeit, Verfügbarkeit ist gegeben. Auch heute, wir haben eine eingebaute Datenbank, eingebaute Sicherungsverfahren, im Großen und Ganzen ein rundes System. Wir hatten dann auch, was das Tooling angeht, auch eine runde Werkzeugkiste mit den entsprechenden Werkzeugen, CL, DDS, RPG, Kobold und so weiter und so fort. Dort im Prinzip aus heutiger Sichtweise eher proprietäre Werkzeuge, ohne den entsprechenden Menschen zu nahe treten zu wollen. Aber RPG und Kobold-Programmierer sind heute, sage ich mal, in der Hitliste der Programmierer, wenn man die Top 100 nimmt, eher im Mittelfeld anzusiedeln und nicht auf den Spitzenplätzen. Also im Prinzip Werkzeuge, die auf dieses System zurechtgeschritten sind. Aber man muss das auch positiv sehen, dass wir Werkzeuge hatten und auch haben, die für diese nativen Fähigkeiten des Betriebssystems optimal angepasst sind. Und mit denen wir auch, sage ich mal, Anwendung optimal realisieren konnten. Wenn man im Prinzip das Paradigma als Messlatte ansetzt, dass wir vertikale Anwendungen schreiben wollen. Und mit vertikalen Anwendungen beschreiben wir halt solche, wo Displaylogik, Prozesslogik, Datenbank, Zugriffslogik, alles in einem Objekt oder in einem Bereich vereint ist. Dafür sind diese Werkzeuge schon, sage ich mal, gut gewesen und auch immer noch gut, wenn wir so arbeiten wollen. Wichtig ist aber eine Erkenntnis ist und die ist der, dass der Stellenwert von IBMI sich in den vergangenen Jahren geändert hat. Auch aus der Sichtweise der IBM, also nicht aus der Sichtweise von uns Anwendern notwendigerweise, sondern mehr aus der Sichtweise der IBM, wie und wo wird das System positioniert. Und im Prinzip, wenn wir uns heute die Systemlandschaften angucken oder die Systeme als solches angucken, dann unterteilt die IT-Wissenschaft die Systeme in zwei, sage ich mal, große Familien. Das eine sind die System of Record und das andere sind die System of Engagement. Die System of Records sind im Prinzip die Backend- und Datensysteme, die, sage ich mal, ja praktisch die Datenhaltung betreiben. Und diese Systeme werden angesprochen von Systemen aus der Familie der System of Engagements. Im Prinzip sprechen wir hier von den Clientier-Geräten. Im Prinzip, die System of Engagement sind all die Systeme, mit denen wir praktisch in die IT reingehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier an meinem Windows-PC sitze oder jemand sitzt an seinem MacBook oder hat ein Tablet, egal von welchem Hersteller, dann benutzt er ein System of Engagement, um sich praktisch in die IT hinein zu begeben. Und letztendlich, wir befinden uns mit der IBMI, mit dem EBI-System auf der Seite der System of Records, denn wir haben unsere Datenbank und mittlerweile muss man sogar von Plura reden. Wir haben Datenbanken. Wir stellen auch andere Datenquellen bereit, wie das Integrated File System. Wir können transaktionsbasierte Dienste ausführen, sprich RPG-Cobol-Programme ausführen. Das ist hiermit gemeint. Wir haben dann entsprechende Kommunikationsfunktionen im System. Wir haben Web-Server. Das muss man mittlerweile auch als Plural sehen. Application-Server auch Plural. Und so weiter und so fort. Wir haben hier auch die entsprechenden Sicherheitskomponenten und Gewehren und haben halt die entsprechenden Dienste, um auf dieses Backend- und Datensystem zuzugreifen. Im Prinzip kann man sagen, letztendlich, dieses ist der Bereich, wo letztendlich IBMI von der IBM angesiedelt wird. Und damit kann man sagen, IBM-Power-Systeme mit IBMI sind letztendlich Infrastruktur-Server. Und damit stehen Sie auch in einem ganz anderen Konkurrenzfeld als, sage ich mal, anfänglich. Damals war, als das System noch AS400 dient, hat es ein Alleinstellungsmerkmal per se gehabt. Dadurch, dass es ein Anwendungssystem war, operatorlos und so weiter und so fort. Das, was ich eben beschrieben hatte. Jetzt sind wir Infrastruktur-Server und treten in Konkurrenz, meinetwegen mit Systemen, auf denen Oracle-Datenbanken laufen oder andere Datenbanken laufen. Oder wir treten in Konkurrenz mit Systemen, wo auch Web-Server drauflaufen und so weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie stehen wir letztendlich zu diesen Diensten? Sind wir da konkurrenzfähig oder sind wir nicht konkurrenzfähig? Als IBMI-Mensch sage ich natürlich, ja, natürlich sind wir konkurrenzfähig und wir sind zum Teil auch besser als andere Systeme. Aber wie dem auch sei, wir haben diese ganzen Dienste on board und ob wir sie nutzen, ist eine ganz andere Frage. Aber letztendlich die IBMI ist ein Infrastruktur-Server und bei den Clientier-Geräten, da sind, wie ich eben schon sagte, das sind alles die Geräte, mit denen wir uns in die IT reinbegeben. Und da gehört IBMI halt eigentlich nicht mehr zu. Jetzt könnten Sie sagen, ja, bei uns ist es so, wir haben grün-schwarze Anwendungen noch am Laufen oder wir haben sie schon lange laufen und werden sie auch weiterhin betreiben. Denn ist so, ist natürlich ihr IBMI-System für diesen Anwendungskreis auch ein System of Engagement. Aber diese Rolle wird quasi von der IBM nicht, sage ich mal, in den Vordergrund gestellt und ist auch nicht in der Zukunftsplanung drin. Ich hatte gerade letztens ein Erlebnis in diesem Bereich, da hatte ich für ein Unternehmen eine Expertise geschrieben zu dem Thema Quo Vadis, IBMI und als ich dann dieses erklärt habe, was ich Ihnen jetzt kurz geschildert habe, da hieß es dann, ja, wenn denn IBMI in Zukunft nur ein Infrastruktur-Server geht, wird denn COBOL verschwinden, wird RPG verschwinden, wird 5250 verschwinden? Mit Sicherheit nicht. Denn IBM betreibt ja diesen Bestandsschutz oder den Investitionsschutz sehr vehement. Und wenn man mal sagen würde, was würde es bringen, 5250 aus den Diensten von IBMI zu entfernen? Im Prinzip müsste man Stand heute sagen, ja, dann ist das System kaum noch bedienbar oder überhaupt nicht mehr bedienbar. Denn 5250 ist für uns IBMI-Leute das, was für die Unix-Leute die Shells sind, also praktisch ihre Betriebssystemoberfläche, das, was für die Windows-Leute meinetwegen die PowerShell ist. Und das ist für uns 5250, also auf der administrativen Ebene grundsätzlich wird 5250 immer eine Rolle spielen. Sonst könnten wir das Betriebssystem überhaupt nicht richtig steuern. Und selbst wenn wir in Dinge reingehen wie Navigator 4i oder ähnliches, diese Tools bieten uns nur einen Teilbereich dessen an, was machbar ist. Und von daher 5250 wird sicherlich nicht verschwinden, solange es das IBMI-Betriebssystem gibt. Und wir haben derzeit eine Perspektive der Weiterentwicklung. Bis 2032 oder 1933 wird dieses Betriebssystem weiterentwickelt. Ja, also von daher. Aber wir sehen, der Stellenwert des Systems verändert sich. Wir haben die unterschiedlichsten Dienste auf dem System. Und mit denen müssen wir letztendlich zu Rande kommen. So, das heißt, wo liegt der Fokus für IBMI? Einmal auf der DB2-Datenbank. Da, das ist ja momentan der zentrale Bereich unserer Datenhaltung. Hier speichern wir strukturierte Daten ab, aber wir speichern auch mittlerweile unstrukturierte Daten ab, sprich Dokumente. Wir können in der Datenbank XML-Dokumente, JSON-Dokumente, eigentlich alles, was den Rang eines Dokuments hat, können wir über entsprechende Datentypen in der Datenbank speichern. Wir müssen diese Daten bereitstellen über Transaktionen. Das können wir über SQL machen. Das können wir aber auch über RPG-Cobol machen. Wir können dann diese Transaktionen auch in Services einbinden, aus der SQL-Seite heraus, auch aus der Seite der traditionellen Programmiersprachen. Wir haben dann Datenanalyse-Funktion in der Datenbank, Online-Urlaub-Funktion. Wir haben entsprechende Tools, um die Daten abzufragen, kostenpflichtig halt IBM Web Query. Wenn wir das nicht wollen, können wir uns im Open-Source-Bereich durchaus Bedienung haben, da auch entsprechende Tools, um Daten aus der Datenbank zu visualisieren. Also Datenbank ist letztendlich einer der zentralen Fixpunkte, Fixpunkte, in die die IBM rein investiert. Und wir sehen das bei der DB2. Und Sie werden das heute sehen, dass es auch noch andere Datenbanken gibt, in die quasi IBM rein investiert, dass sie auf IBM AI laufen. So, der zweite Bereich, und da kommen wir zu dem hin, was wir heute haben, ist, der bei IBM eine mittlerweile riesige Rolle spielt für die Zukunftssicht auf das System, und dem ist der Open-Source-Bereich. Und da gibt es im Großen und Ganzen drei Komplexe, wo Open-Source-Toolings eingesetzt, Tools eingesetzt werden können. Das ist der Bereich der Softwareentwicklung. Wir haben mittlerweile, ja, wir können sowohl Entwicklungstools aus dem Open-Source-Bereich verwenden, aber wir haben auch Programmiersprachen, die aus dieser Richtung kommen. Das werden wir uns gleich noch ein bisschen angucken, was uns da zur Verfügung steht. Und schon vorweg gesagt, wenn wir uns heute die Gedanken machen, was für Tools gibt es in dieser Open-Source-Umgebung, dann ist das letztendlich ein Snapshot, ein Ausschnitt der Entwicklung heute. Das kann in ein, zwei Wochen, in einem Jahr, in zwei Jahren schon deutlich sich weiterentwickelt haben. Das heißt, wir befinden uns hier letztendlich auf einem Weg und wir sind nicht an einem Ziel angekommen. Das gilt für alle Softwareen, die wir aus diesem Bereich einsetzen. Also Softwareentwicklung ist sicherlich ein Fokus mit Tools und Programmiersprachen. Dann der Bereich der Anwendung. Es gibt auch Tools, sage ich mal, die für den Administrator da sein können und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Und dann gibt es im Prinzip auch die Möglichkeit, fremde Datenbanken, ich sage das mal so, fremde Datenbanken auf dieses System rauf zu bringen. Und derzeit stehen uns zwei weitere Datenbanken zur Verfügung, die wir auf diesem System einsetzen können. Das eine ist ein MySQL, was heute in der IBM-I-Welt nicht mehr MySQL heißt. Da gibt es aufgrund der Politik rund um Java und Oracle und so weiter. Sprechen wir nicht mehr von MySQL, da können wir von MariaDB sprechen oder von SendDB. Diese beiden Datenbanken stehen uns derzeit zur Verfügung. Aber am Horizont tauchen schon neue Datenbanken auf, die IBM auf, letztendlich auf IBM-I quasi portieren will. Und das werden wir uns auch angucken. Also das heißt, diese drei Punkte werden wir jetzt, sage ich mal, so langsam abarbeiten. Was steht uns in der Softwareentwicklung zur Verfügung? Das ist im Prinzip die Präsentation von gewissen Highlights. Wir können das nicht alles besprechen, weil es ist so viel. Wir haben mittlerweile weit über 100 Open-Source-Funktionalitäten auf IBM-I drauf, die wir nativ ausführen können. Wir haben dann da drin die Datenbanken und die entsprechenden Anwendungen. Also das heißt, das ist ein Riesenpool von Software. Und ich versuche da mal einige Highlights zu setzen. So, weiter geht's. Was brauchen wir, um Open-Source-Software auf IBM-I auszuführen? Und wir brauchen im Prinzip das Lizenzprogramm SS1 Produktoption 33. Das ist das Portable Application Solution Environment, kurz abgekürzt als PACE. PACE, was ist PACE? PACE ist ein Embedded AIX im IBM-I-Betriebssystem. Das heißt, wann immer wir IBM-I ausführen, läuft praktisch, ummantelt vom IBM-I-Betriebssystem, läuft ein Embedded AIX im IBM-I-Betriebssystem mit. Es ist kein komplettes AIX, also es ist ein bisschen runtergeschraubt, was einige Funktionen angeht, aber im Prinzip könnten, und das ist auch der Ursprung dieses PACE Environment gewesen, dass man AIX-Anwendungen auf IBM-I laufen lassen konnte. Dass da haben die Anwender nicht so sehr drauf reflektiert, aber die Betriebssystem-Designer haben da oder die Betriebssystem-Programmierer haben da sehr stark drauf reflektiert. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Diensten, die wir als native Dienste betrachten, die aber in diesem Embedded AIX laufen. Sag ich mal, als Beispiel sei hier genannt, der sogenannte Dynamic DNS-Server auf IBM-I. Selbst wenn Sie den benutzen würden, dann benutzen Sie schon ein AIX-Programm auf Ihrem IBM-I-Betriebssystem. Und die Frage ist, wie nehmen wir Kontakt mit diesem Environment auf? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit besteht darin, eine sogenannte PACE Shell zu öffnen. Das ist ein Programm in IBM-I, das heißt QP2 Term. Das können wir aufrufen. Das habe ich hier jetzt nicht reingeschrieben, aus dem Grund, weil diese Oberfläche für die Bedienung dieser PACE-Oberfläche nicht unbedingt hundertprozentig gut ist. Da gibt es manchmal seltsame Darstellungsfehler und die sind nicht so schön. Sag ich mal, der amtliche Weg, um in diese Umgebung reinzukommen, ist eigentlich über das SSH-Protokoll, das Secure Shell-Protokoll, das ist also ein Tunnelprotokoll des TCP-IP-Netzwerks. Und um dieses Secure Shell-Protokoll zu aktivieren, um diese Funktion zu aktivieren, den sogenannten Daemon zu starten, geben Sie einfach auf einer beliebigen Befehlseile, 5250 Befehlseile, ein Start TCP-Server-Stern-SSHD. Stern-SSHD steht für SSH-Daemon. Und dann wird der gestartet. So, damit haben Sie im Prinzip nicht nur diese PACE-Shell, die Bestandteil der 5250 umgeben ist, sondern können dann mit einem Client-Produkt auf diese PACE-Umgebung zugreifen. Und das mache ich auch, das werden wir gleich noch sehen. Ich habe bei mir auf dem Arbeitsplatz Putty drauf installiert. Das ist ein bekanntes Windows-basiertes SSH-Terminal. Und falls Sie in anderen, es gibt auch noch weitere, also wenn Sie Mac-Benutzer sind, da gibt es iTerm2, ist ein bekanntes Produkt und so weiter und so fort. Also, oder bei Mac können Sie auch das Terminal vom Mac nehmen. Das ist auch ein Secure Shell-Client. Also, da haben Sie im Prinzip die Wahl der Möglichkeiten, wie Sie an diese Embedded AIX, an die PACE-Umgebung rankommen. Werden wir uns gleich noch betrachten. So, was müssen wir noch wissen über Open-Source-Anwendungen? IBM, die Open-Source-Anwendungen auf IBM I wurden ursprünglich mal über ein Lizenzprogramm ausgeliefert. 5733 OSS, glaube ich, hieß das. Das ist aufgegeben worden, weil man bei IBM das Gefühl hatte, Funktionen, die der Open-Source-Umgebung auszuführen über oder bereitzustellen über PTFs, ist ein zu grobschlechtiges Medium. Und im Prinzip war diese Auslieferungsform auch nicht, sage ich mal, Open-Source-Ökosystem-konform, weil die Open-Source-Leute verpacken ihre Anwendungen in sogenannte Packages und diese Packages werden dann quasi veräußert. Und um jetzt mit Packages zu arbeiten, braucht man dann sogenannte Package-Manager und einer, der in IBM I installiert ist, ist der YAMM Package-Manager. Und jetzt gehe ich hier mal raus und wir gehen in das wirkliche Leben rein und ich habe hier meinen ACS-Client und Sie sehen hier in den Extras, das haben wir eben auch auf der Folie gesehen, das Open-Source-Package-Management. So, und hier muss ich mich anmelden. Ich nehme mal den LGA-DOZ01. Kleine Warnung, hier dürfen Sie nicht den Benutzer QSEC-Offer nehmen. Wenn Sie den hier nehmen, dann wird sofort der Zugriff verweigert. Weiterhin braucht er ein Kennwort, das ist verständlich. Da habe ich das Kennwort eingegeben und dann melde ich mich hier an. So, was jetzt gezeigt wird, ist letztendlich der grafische YAMM-Package-Manager und der zeigt uns hier drei Register an. Was ist alles an Open-Source-Software für IBMI verfügbar? Mit der Seite fange ich mal an. Ich will Ihnen jetzt nicht die ganzen Namen vorlesen, dann brauche ich A eine Weile und B ist das langweilig und C, einige dieser Namen sagen mir überhaupt nichts und von daher kann man das letztendlich hier einfach mal Revue passieren lassen, einfach nur, um die Menge der verfügbaren Produkte letztendlich hier zu sehen. Wichtig vielleicht für einige von Ihnen, es gibt ein OpenJDK, da ist es für IBMI auf diesem Ebene. OpenJDK ist im Prinzip die Open-Source-Variante von Oracle Java und die können Sie auch auf IBMI installieren in der PACE-Umgebung. So, das heißt, hier sehen wir eine Liste dessen, was zur Verfügung steht. Dann haben wir hier ein weiteres Register installierte Pakete. Dort sehen wir letztendlich, was derzeit in unserer PACE-Umgebung auf diesem System an Open-Source-Software zur Verfügung steht und hier sollten wir schon mal uns einige, sag ich mal, Highlights rauspicken. Zum Beispiel sehen Sie hier ein Open-Source-Package R. R ist eine Programmiersprache, eine Programmiersprache für sogenannte Data Scientists oder ich sage immer etwas despektierlich für Statistiker. R ist eine Programmiersprache, die gerade bei der Auswertung von Daten, Anwendung von künstlicher Intelligenz, von Daten, ja, Auswertung generell einen hohen Stellenwert in der, ja, sag ich mal, Branche hat, im Bereich der Datenwissenschaftler oder der Datenanalysten und diese Sprache ist hier auch installiert, das seit einiger Zeit installiert. Wir haben dann hier ein Tool, das nennt sich DB2-Util, da haben wir dann in der PACE-Umgebung eine DB2-Befehlszeile, das ist, sag ich mal, auch dass man aus der PACE-Umgebung direkt auf unsere DB2 zugreifen kann, das ist wie so ein Start-SQL, nur halt für die Unix-Umgebung, um direkt auf DB2 vor IBMI zuzugreifen. Wir haben dann für die, für das Version-Controlling Git, Git ist ja momentan das Version-Controlling Tool für Programmierer der Wahl, das geht hier jetzt nicht nur die Open-Source-Programmierer, an die meinetwegen mit R programmieren, sondern es geht auch die RPG und COBOL und CL und so weiter Programmierer an. Wir haben dann hier weiter eine Funktion und die Node.js, da werden wir noch drüber schreiben, darüber gibt es Nginx, das ist ein Webserver, also es gibt nicht nur den Apache-Webserver auf diesem System, sondern Nginx ist auch wieder so ein sehr aktuelles Konstrukt. Nginx-Webserver funktionieren etwas anders als Apache-Webserver, sie sind gerade bei hohem Anforderungsaufkommen deutlich performanter als der Apache-Webserver, als die Apache-Webserver und wir haben dieses Konstrukt auch hier, Node.js ist serverseitiges JavaScript, wir haben Perl als Programmiersprache hier draus und was vielleicht für Sie bemerkenswert ist, wir haben hier auch ein Open-Source-PHP auf diesem System drauf, das hebt ab auf den Zustand, dass die Firma Send ab nächsten Jahr PHP nicht mehr kostenfrei veräußern wird, die sogenannte Basic oder Community Edition, die als Basic Edition beschrieben worden ist, wird so nicht mehr weiter vertrieben, sondern alle Send-PHP Umgebungen werden Geld kosten und dieses ist jetzt quasi die Community Edition, die über das Package Management zur Verfügung gestellt wird und das sind hier im Prinzip eine ganze Menge an PHP Funktionen und Umgebungsfunktionen zur Verfügung gestellt. Sie sehen dann hier auch das Postgres, das ist eine weitere Datenbank, die auf diesem System drauf ist, die Postgres Datenbank, da werden wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen, wir haben dann Programmiersprachen wie Python, zwei Dialekte, Python 2, Python 3 mit entsprechenden Tool-Umgebungen und so weiter und so fort da drauf und wir haben dann auch noch einen zweiten Package Manager auf diesem System, das ist der RPM Package Manager und für viele Anwendungen aus dem Open Source Bereich wichtig, wir haben hier Unix ODBC drauf und über diese Schiene können zum Beispiel PHP Skripte dann sehr einfach auf die DB2 vor I zugreifen und so weiter und so fort. Sie sehen, es ist hier noch nicht zu Ende, also das ist letztendlich so einige Highlights dessen, was hier drauf ist. Für den Fall, dass es neue Version einer Software gibt, Sie sehen, hier ist nichts, hier ist ein Update gerade unlängst durchgeführt worden, dann kriegen wir eine Liste der Updates und Sie sehen hier oben unten jetzt ausgegraut, dass wir hier eine Funktion Upgrade haben und dann können wir diese Packages aktualisieren. So, das ist im Prinzip dieser Bereich des Open Source Package Managements. Ich schicke das einfach mal nach unten und wir gehen wieder, ups, und wir gehen wieder in unser, in unsere Folie rein, so ab aktueller Folie. Also das haben wir eben gesehen, da sind wir durchgegangen. Hier sehen Sie nochmal, wie das aussieht, wenn man, wie man Packages installiert, dann öffnen sich auch wieder Terminals, das ist jetzt praktisch schon die Pace-Oberfläche, da laufen Messages auf, die man beantworten muss und das ist eigentlich ein problemfreier Vorgang. So, wie kommen wir jetzt an diese Pace-Umgebung rein? Wir öffnen einfach ein SSH-Terminal und das kann ich jetzt auch mal hier in meiner Umgebung machen. Ich benutze dafür jetzt auch wieder den ACS-Client, denn der ACS-Client ist sich der Existenz von SSH-Terminals bewusst, also er kennt eine Reihe von SSH-Terminals und wenn er auf dem Arbeitsplatz so ein SSH-Terminal entdeckt, dann zeigt er so einen Menüpunkt an und Putty ist ein bekanntes SSH-Terminal und wenn ich da jetzt reingehe, dann sieht das so ähnlich aus oder sieht das so aus wie das, was Sie eben gesehen haben. Ich muss mein Kennwort eingeben und dann bin ich jetzt in der Pace-Umgebung drin und hier gibt es keine CL-Befehle mehr, sondern hier gibt es Unix-artige Befehle. Ich bin nun nicht gerade der Unix-Linux-Überflieger, aber einige dieser Befehle kenne ich, Printwork-Directory, da sehe ich jetzt, was ist mein Home-Verzeichnis und hier kann ich jetzt mit einem LS-Befehl mir ansehen, was da alles drin ist in diesem Verzeichnis und kann hier entsprechende Befehle eingeben. So und das ist das, was Sie hier letztendlich auch wieder sehen in dieser Umgebung. So weiterhin, ich hatte ja gesagt, es gibt neben dem YAMM-Package Manager, dessen grafisches Frontend wir gerade gesehen haben, gibt es dann auch noch den RPM-Package Manager, das ist der Red Hat Package Manager, kommt aus dem Red Hat Linux-Bereich, auch bei IBM-I installiert und mit dem können wir dann sogenannte RPM-Packages installieren, aus der Paste Shell heraus, aus dem SSH-Termal heraus, irre viele Parameter, ich will das jetzt nicht alles durchgehen, aber hier sehen wir zum Beispiel, ich möchte mir alle installierten RPM-Packages ansehen, RPM-QA und dann kriege ich eine Liste und da sehen wir zum Beispiel hier die Version, das Python installiert worden ist, das nur als Beispiel, so das als mit RPM-Packages arbeiten können wir, zum Beispiel dieses PHP, was ich eben in der grafischen Umgebung gezeichnet, das ist über diesen Weg der RPM-Package Installation in dieses Environment reingekommen, so, YAM lässt sich nicht nur über den grafischen Client bedienen, sondern auch zeichenorientiert aus der Secure Shell heraus, im Prinzip YAM besticht dadurch, dass es eine etwas stringentere Syntax hat, Sie haben ihn gesehen, zeichnen mir alle installierten Pakete an, war RPM-QA, das ist irgendwie ja wenig sagen oder eher nicht sagen, während wir bei YAM List Installed im Prinzip eigentlich eine griffige Syntax haben, um zu sehen, was auf unserem System drauf ist und da sehen wir auch wieder die Programmiersprache R, im Prinzip das, was wir eben in der grafischen Umgebung gesehen haben. List Available wäre jetzt die andere Liste, die wir gesehen haben, zeich mir alle verfügbaren Pakete an und dann können wir auch mit YAM Install und dann Namen des Package angeben, können wir hier auch letztendlich ja Open Source Packages installieren über diesen Package Manager, so dass man das auch letztendlich durchaus Batchjob mäßig in IBM implementieren kann. Es gibt eine sogenannte virtuelle Pace Shell, das ist letztendlich Q2 Shell, das Programm Q2 Shell, mit dem können wir dann auch solche Dinge Batch mäßig aus IBM nativ heraus ausführen. So, hier nochmal so ein Hinweis auf das sogenannte YAM Cheat Sheet, im Prinzip eine Kurzliste der Befehls Syntax Syntax des YAM Package Managers, das für den Fall, dass Sie da tiefer einsteigen wollten, sollten Sie sich das mal angucken. So, wenn Sie jetzt mit der Pace Umgebung arbeiten wollen, dann sollten Sie diese Umgebung ein wenig anpassen und vorbereiten auf die Arbeit mit diesen Open Source Packages, denn diese Open Source Packages werden alle in einen bestimmten IFS-Pfad reingestellt und diesen IFS-Pfad, den sollten Sie dann für Ihre Umgebung, sage ich mal, als Standard setzen, ähnlich wie Sie bei IBM eine Bibliotheksliste setzen, wollen Sie hier praktisch den Standard-Pfad für sich setzen oder für Benutzer setzen und das realisieren wir damit, dass wir in unser Home-Verzeichnis auf IBM-EI, ich bin jetzt angemeldet als LGA-DOTS-01, dass ich in diesem LGA-DOTS-01 Verzeichnis eine Textdatei erzeuge, die muss von der muss CCS-ID mäßig UTF-8 sein, eine Datei, die muss heißen Punkt Profile und in dieser Punkt Profile Datei sollte ich einige Einträge machen, so zum Beispiel habe ich hier gesagt LC All, hier geht es um die Sprache Einstellung, das ist eine Umgebungsvariable LC All, die habe ich hier gesagt, setze die auf C, das bedeutet, keinen spezifischen Wert einringen, nimm die Defaults des Betriebssystems und dann wird diese Variable exportiert und dann steht sie in meiner Sitzung zur Verfügung, das ist der erste Schritt, den sie machen soll. Wenn sie drauf bestehen, sie sind auf dem Englischsprachigen System, in dem Deutsch als Sekundärsprache installiert worden ist, und sie wollen in der Payshell Deutsch als Sprache haben, dann könnten sie LCL All auch auf DE unterstrich DE setzen und wenn sie dann noch sagen, in der Shell sollen UTF-8 Zeichen angezeigt werden, dann würden sie sagen DE unterstrich klein DE unterstrich groß DE Punkt UTF-8 dann zwingen sie praktisch diese Zeichen Codierung, erzwingen sie diese Zeichen Codierung für ihre Sitzung, weiterhin was überaus wichtig ist, die Path, die Anpassung des Paths und zwar alle Open Source Packages befinden sich in dem Pfad Q-Open-Sys PKGS-Bin, das ist der zentrale Pfad aller Open Source Packages und dieser da modifizieren sie die Standardeinstellung der Umgebungsvariable Path und exportieren das auch und das nächste ist jetzt optional, sie können dann die Bash Shell erzwingen bei ihrem SSH Terminal Aufruf so dass sie direkt in die Bash Shell gilt momentan so als die Shell die man einsetzen muss so wenn sie in der Bash Shell arbeiten können sie für diese Bash Shell auch noch weiterführende Anpassungen machen und dafür müssen sie eine zweite Textdatei einlegen die heißt Punkt Bash unterstrich Profile da kann man im Prinzip die Farben anwählen in der Bash Shell da kann man die Zeichendarstellung der Bash eine Aliasse vergeben und so weiter und so fort da kann man eine ganze Menge machen aber da verzichte ich jetzt mal drauf das zu zeigen so das heißt ich bin jetzt hier in meinem Terminal drin in diesem in meiner Sitzung ist die Bash Shell nicht automatisch ausgeführt worden aber ich kann das jetzt machen und Sie sehen jetzt momentan ist sie noch nicht ausgeführt der Prompt ist ein Dollarzeichen und wenn wir jetzt reingehen sehen Sie dass der Prompt sich verändert hat jetzt weiß ich dass ich in der in der Bash Shell drin bin also ich kann auch in einer in einer bestehenden Shell von einer bestehenden Shell wechseln in die Bash so das habe ich jetzt gemacht das soll so reichen so aber diese Anpassung sollten Sie auf alle Fälle machen weil wenn Sie die zum zumindest die Path Geschichte sollten Sie machen weil wenn Sie die nicht machen dann müssen Sie Open Source Programme immer qualifiziert mit dem Pfad aufrufen und das ist auf die Dauer eine ziemlich wilde Tipperei die dann zumindest was meine Tippfähigkeit angeht ständig zu Fehlern führt so weiter geht's was können wir dann aufrufen und das machen wir jetzt auch wieder im richtigen Leben nur als Beispiel es gibt ich bin hier jetzt in meiner Shell drin LS Bindestrich L und hier gibt es diverse Dateien da gibt das zum Beispiel eine Datei die heißt Client 01 SQL und wenn ich jetzt kann ich einen Editor aufrufen das ist Nano Client 01 SQL und wenn ich den aufrufe dann sehen wir hier den Inhalt der Datei und das ist ein Editor mit dem wir arbeiten können da könnten wir dieses SQL Skript was immer da drin steht auch entsprechend anpassen entsprechend anpassen ich gehe mal wieder raus Steuerung X dann bin ich wieder raus ich mache mal hier einen Klärbefehl damit wir nicht so viel sehen so das heißt wir haben hier einen Editor es gibt auch den FIM Editor den können wir auch nehmen es gibt Leute die mögen den ich mache den nicht so gerne aber wie dem auch sei er steht bereit in diesem in diesem Umfeld und was das ist der Midnight Commander MC und wir wollen die Farbvariante haben so und damit können wir jetzt praktisch in unserem IFS navigieren ich bin jetzt als Standard in meinem Home Verzeichnis drin aufgrund meiner Rechtslage ich bin hier Administrator auf dem System kann ich aber auch praktisch in das Root Verzeichnis wechseln um dann wo ist Q-Open-Sys da Q-Open-Sys PKGS da sind die Packages und da ist die BIN das BIN verzeichnet da kann ich rein wechseln und jetzt sehe ich hier eine Liste der Objekte die sich da drin befinden und da sehen wir zum Beispiel wieder das Package R das installierte Package R das ist die Programmiersprache R und diverse andere Dinge ja also das heißt ich kann hier relativ einfach wie so in einer Art Explorer sag ich mal herum navigieren ich gehe jetzt nochmal in mein Home Verzeichnis rein sofern ich das wieder finde da ist es Home Verzeichnis da bin ich und jetzt sehen wir hier im Prinzip diverse Daten unter anderem sehen wir wo bin ich gehe ich mal in Node.js rein und da in KPL und da in REST und hier können wir jetzt sagen ich möchte diese Datei editieren das ist eine Textdatei ich habe das jetzt mit der Maus bedient diese Oberfläche ist auch maus bedienbar und da befinden wir uns jetzt in einem Node.js Skript drin da kann ich meine Veränderungen anbringen und so weiter also im Prinzip haben um direkt in diesen ja in den IFS Objekten zu arbeiten so ich gehe jetzt hier raus mit quit also im Prinzip so ein Dateimanager um das mal kurz zu sagen den wir hier zur Verfügung haben ok weiter geht's eine der wir befinden uns jetzt im Bereich der Software Entwicklung eine der Funktion auf die viele IBM Leute im Open Source Bereich on I als erstes aufmerksam geworden ist das Git Version Controlling im Prinzip oder das Versions oder Version Controlling schlechthin hat bei IBM I und RPG und COBOL und ähnlichen Programmierern kein so hohen Stellenwert gehabt man hat sich da mit eigen gestrickten Verfahren behoben kennen sie sicherlich selbst ich habe eine Quelle von einem Programm will dieses Programm erweitern also mache ich eine Kopie davon denkt mir irgendein Suffix oder wie auch immer aus und jetzt arbeite ich mit der neu kopierten Quelle und habe immer noch die alte Quelle als Rückzugsmittel für den Fall dass ich irgendwie Probleme bei meiner Neuerstellung habe das das selbst 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 gestricktes Version Controlling gewesen hat sicherlich für viele funktioniert aber wir sind heute im Bereich von DevOps da wird der Herr Blamy nachher uns noch was drüber erzählen und zum DevOps Vorgang gehört im Prinzip die Formalisierung einer Programm Programmierungsumgebung und auch das Version Controlling dazu und derzeit sage ich mal die heiße Nummer da ist das Git Version Controlling Git Version Controlling besticht dadurch dass es ein sogenanntes verteiltes Version Controlling ist bei Version Controlling brauchen wir immer ein sogenanntes Repository und im Prinzip beim Git Version Controlling sieht es so aus dass jeder Arbeitsplatz sein eigenes Version Controlling hat und dass letztendlich wir dann mit einem zentralen Server Rechner kommunizieren können wo praktisch unsere Produktions ich sage das mal so Produktionsreifen Quellen legen können und wir uns immer dann wenn wir ein neues Projekt beginnen aus dem Server Computer sage ich mal bestimmte Daten rausziehen und dann wenn wir fertig sind sie auch wieder reinstellen und dann können die anderen Teilnehmer unseres Programmiererteams auch darauf zugreifen das ist ein Bild wie zentrales Version Controlling aussehen kann aber man könnte auch auf den zentralen Server verzichten und könnte sagen ich habe zwei Programmierer im Haus jeder hat seinen Repository und auf der Repository Ebene können dann die beiden Rechner miteinander kommunizieren das heißt dass der Computer B und der Programmierer dort sich aktuelle Quellen vom Computer A abholt und umgekehrt und so weiter das ist im Prinzip das verteilte Version Controlling was man mit Git implementiert so um sowas letztendlich zu realisieren muss man eigentlich nicht viel machen alles was ich brauche ist letztendlich dass ich im IFS ein Verzeichnis anlege Sie sehen hier in dem Beispiel gibt es den Pfad Repositories Tutorials und da erzeuge ich ein neues Verzeichnis das heißt hier jetzt Git VCS den wechsel ich dort rein und wenn ich da drin bin rufe ich innerhalb dieses Verzeichnis einfach den Befehl Git init auf und damit wird dieses Verzeichnis Git VCS zu einem Version Controlling Repository zu einem Git Repository Sie sehen hier unten die Meldung er sagt hier ich habe das jetzt als Repository initialisiert er hat ein neues Verzeichnis aufgebaut das heißt den Punkt Git und in dem werden letztendlich dann sage ich mal die sogenannten Commits für das Repository verwaltet zum guten Ton gehört ja noch dass man einen Benutzer verantwortlich macht für die Administration dieses Git Repositories und hier habe ich den Benutzer den Benutzer Ludkus verantwortlich gemacht seine E-Mail Adresse habe ich auch angegeben das ist kein Muss aber es gehört zum guten Ton dazu und hier unten sehen Sie das nochmal was hier eingerichtet worden ist so wenn wir uns das nochmal im richtigen Leben wieder angucken wo war ich jetzt pwd ich weiß es nicht mehr da cd repositories repositories tutorials so da bin ich drin wenn 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 ich da jetzt mal noch mal angucke binde strich la was da drin ist dann gibt es da ein git central also da muss ich auch noch rein cd git central und ls bindestrich la ich will la bedeutet ich will auch versteckte namen sehen cd punkt git gleich bin ich drin und da ls bindestrich la dort sehen Sie jetzt die Objekte hier das sind diese Objekte hier das sind die Standard Objekte der Git Umgebung dort werden die Quellen verwaltet und im Prinzip wenn ein Programmierer eine Quelle verändert dann wird dann führt er ein Commit durch dann wird im Prinzip der Stand der Quelle im Git Repository registriert und hier kann man sich jetzt letztendlich angucken wie der Stand eines Projektes ist indem man mit Git Log reinguckt und wir sehen hier das von oben nach unten da geht's los von unten nach oben das ist noch nicht Ende da ist noch mehr drin immer mehr so da sind wir jetzt das ist der Zustand meines Git Repositories hat ein Initial Commit gegeben der ist festgehalten worden der Anfangszustand der Quellen dann wurde bei einem Programm Delete Customer 03 das ist ein RPG Programm wurde ein Include korrigiert dann wurden weitere Includes korrigiert und so weiter und so fort und wir können jetzt hier sehen was dann für Arbeitsschritte unternommen worden sind und können auch letztendlich noch tiefer eingreifen aber das machen wir an dieser Stelle BI bedient worden sodass wir nicht auf dieser Zeichenebene arbeiten oder dass ich nicht auf dieser Zeichenebene arbeiten musste so also Git als Repository nicht nur für die Anwender oder Programmierer der neuen Programmiersprachen um das mal so zu sagen sondern auch für die traditionellen RPG Programmierer das heißt ich kann da meine RPG Kobol und so weiter Programmquellen sehr gut versionieren und kann dann im Prinzip deutlich höhere Sicherheit meiner Quellen erzeugen und habe damit auch sage ich mal und bewege mich in einem Standard und nicht mehr in dem Ruch eines selbst gestrickten Umfeldes und das gibt mir natürlich die Möglichkeit dann auch junge Programmierer besser in dieses Umfeld reinzubringen denn junge Programmierer qua Ausbildung da bei denen ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass die dann in ihrer Ausbildung schon mit Git Servern oder Git Repositories gearbeitet haben und von daher dann auch die Arbeit meinetwegen mit RPG oder Kugel gar nicht mehr als so exotisch empfinden als würde man mit PDM und ähnlich arbeiten ok also das zentrale Funktion in der Software Version Controlling so ein weiteres eine Programmiersprache oder eine Plattform nennt man das die uns zur Verfügung steht ist Node.js das ist auch eine Funktion gewesen die sehr schnell für eine gewisse Furore gesagt haben im Prinzip was ist Node.js Node.js ist eine Plattform über die wir serverseitiges JavaScript auf IBM betreiben können Node.js ist da nicht nur für IBM verfügbar sondern Node.js ist für alle Betriebssysteme die derzeit gang und gäbe sind verfügbar ob das nun Linux sind oder ob das Windows ist oder ob das IBM ist und so weiter und so fort also das heißt wir können hier im Prinzip haben eine Plattform um serverseitiges JavaScript zu machen und im Großen und Ganzen sieht es so aus dass wir letztendlich mit Node.js praktisch so eine Art Web-Server aufbauen und im Prinzip und ohne jetzt allzu tief in die Syntax einsteigen zu wollen sieht man hier eigentlich in dramatischer Weise welcher Aufwand betrieben wird um einen Web-Server in Node.js sage ich mal aufzubauen das ist ein einziger Befehl das heißt dass wir brauchen nur diese Funktion Create Server aufzurufen und wir haben wenn wir dieses Skript ausführen einen laufenden Web-Server um dann da auf dieser Web-Server Plattform letztendlich irgendwelche Web-Services zu implementieren oder Server-seitig oder Anwendungen zu implementieren die HTML vom Server an den Browser schicken und so weiter und so fort ein einziger Befehl um die Basisfunktion zu implementieren in diesem Fall sieht es so aus dass letztendlich diese Node.js Skripte etwas anders ausgeführt werden als wir das von RPG und COBOL Programmen gewohnt sind im Prinzip wenn ich dieses Skript aufrufen würde würde praktisch dieses Skript durchlaufen und das Programm würde stehen bleiben bei der Zeile Web-Server Listen das ist letztendlich jetzt die Ausführung des Web-Servers er hört jetzt auf einer IP-Adresse die wir hier oben angegeben haben und einem Port den wir hier oben angegeben haben wartet er darauf dass Requests kommen und wenn ich jetzt in meinen Browser reingehe und diese URL anspreche dann wird das ausgeführt was hier bei Right Head steht und was bei End steht das nämlich Hello World ausgegeben und Sie sehen das Ergebnis es wird Hello World ausgegeben also von daher so die Lesegewohnheit die wir von RPG und COBOL und auch CE und was weiß ich was für Programmiersprachen haben gehe top down durch ein Programm durch und dann weißt du wie es funktioniert das ist hier nicht der Fall sondern das Skript läuft durch das das Skript bleibt stehen bei dem Server Listen und dann werden praktisch von diesen Funktion Funktion innerhalb dieses Skriptes ausgeführt Daran muss man sich gewöhnen so rund um Node.js gibt es jetzt eine diverse Erweiterung und das erste ist erstmal dass die IBM Erweiterung beigesteuert hat es gibt nämlich einmal Erweiterung für den Datenbank Zugriff das heißt wollen wir aus Node.js auf die Datenbank zugreifen auf die DB2 Datenbank zugreifen dann haben wir ein Node.js Toolkit um auf serverseitige IBMI Funktion zu zugreifen also dass wir im Prinzip auf den Systemstatus zugreifen auf Job Information dass wir Programme aufrufen können und sie sehen Punkt 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 und so weiter und so fort und die Frage ist wie komme ich an diese Funktion ran und letztendlich ist es so dass Node.js auch wieder ein reiches Ökosystem an Packages hat und Node.js hat wieder einen eigenen Package Manager das ist der NPM und welche Packages für Node.js zur Verfügung stehen das finden wir auf der Homepage npm js com und da können wir dann nach Funktionen suchen und eine zentrale Funktionalität ist das sogenannte Express Packages welches die Erstellung von Web Anwendungen ich sage mal dramatisch erweitert also als ich diese Folie gemacht habe müssen sich vorstellen da war der Weekly Download für dieses Package 11 Millionen 97 654 Downloads da können sich vorstellen wie beliebt das Ganze ist hier weiterhin sehen sie letztendlich hier ein kleines Beispiel wieder ein Hello World Beispiel das ist praktisch das Partner Beispiel zu dem was ich Ihnen gezeigt habe es sind noch weniger Zeilen als eben ja und hier sieht man dann im Prinzip wie man das Express Package installiert indem wir in der Paste Shell eingeben npm install express und dann wird das installiert ja hier kann man auch nach weiteren Packages suchen nach dem iToolkit kann man suchen und so weiter und so fort also es wird hier das ist ein zentrales repository in dem die Node.js Packages verwaltet werden und wo wir einen reichen Fundus an Funktionen haben das endet nicht bei den IBMI Funktionen sondern Sie können Funktionen suchen mit Node.js meinetwegen Excel Dokumente zu erstellen und so weiter und so fort wahnsinnig viele Möglichkeiten die hier drin stehen so wir gucken uns mal jetzt noch mal ein etwas solideres Beispiel ganz kurz an lassen sich nicht durch die Syntaxen überfallen aber letztendlich hier sehen Sie einen Web Service Server den ich aufgebaut habe der auf die Datenbank zugreift und der dann SQL Zugriff auf die Datenbank macht die wir dann über einen Web Client abfragen können und ich habe hier im Prinzip einmal dieses Express Package inkludiert im Prinzip könnte man auch sagen ich habe ein Objekt Express aufgebaut in dem jetzt die ganzen Funktionen drin sind ich habe das Express Package instanziiert weiterhin habe ich hier den IDB Connector das ist der IBM DB2 Zugriff den habe ich hier auch reingebracht in die ganze Sache dann habe ich hier eine Variable oder eine Konstante das ist mein Basis SQL Befehl den ich ausführen will das ist hier der Aufruf einer Stored Procedure dann habe ich noch Bracket Open Bracket Close um nachher die Parameter zu versorgen und dann baue ich hier eine neue Verbindung zur lokalen Datenbank des Systems auf erzeuge ein sogenanntes Statement Objekt ich passe dann die URL oder ich mache es möglich die URL zu parsen ich sage dann hier auf welchem Port mein Web Server laufen soll und dann werden hier in bestimmten Bereichen wenn bestimmte URLs angesprochen werden dann wird hier im Prinzip mein SQL ausgeführt ich öffne hier die Verbindung zur lokalen Datenbank des Systems und dann wird der SQL Befehl hier praktisch zusammengebastelt aus dem Basisbefehl Bracket Open Bracket Close das heißt es wird letztendlich nur die Stored Procedure ohne Parameter aufgerufen und dann wird hier das Datenergebnis als JSON Dokument an den Client zurückgereicht und für den Fall dass ich praktisch noch eine Jahreszahl mit übergeben den Umsatz vom Jahr 2000 dann wird hier auch wieder der entsprechende Befehl aufgebaut zwischen die Brackets wird jetzt noch die übergebene Jahreszahl eingeführt dann wird die Stored Procedure wieder aufgerufen und das Ergebnis wird wieder angezeigt also im Prinzip hier eine sehr ja relativ wenig geschrieben im Moment für Sie vielleicht verwirrend und auch eine Überforderung aber ich habe relativ wenig geschrieben um hier einen REST Service zu implementieren der über zwei Aktionen verfügt nämlich einerseits zeige ich mir alle Umsätze an und zeige mir die Umsätze eines Jahres an und das könnte man natürlich noch weiter spezifizieren übrigens der Browser den ich Entschuldigung der Editor den ich hier benutze auch Open Source das ist Visual Code Studio und auch diesen Client habe ich wieder über das SSH Profil direkt auf mein IBMI System verbunden und diese Skripte die Sie hier sehen die befinden sich jetzt auch im IFS drin in meinem unterhalb meines Home Verzeichnis wir sind vorhin da schon mal gewesen in diesem REST Verzeichnis da befinden sich diese Skripte drin so das schicken wir mal wieder weg also Node.js wie viel Zeit habe ich noch Python ist auch eine Programmiersprache auch hier ein reiches Ökosystem es gibt den PyCharm Editor dringend zu empfehlen PyCute ist eine grafische Oberfläche mit der wir Dialoge Design a la SDA damit können wir den Client Server Anwendung realisieren und dann haben wir hier im Prinzip die Maria DB oder Send DBI die wir über die Firma Send bekommen können wir direkt downloaden diese Anforderungen bestehen Betriebssystem zwischen 7.1 und 7.4 PACE muss installiert sein das sind geringe Anforderungen dann haben wir mit Restore Lick PGM das hier installiert und dann gibt es eine bestimmte Anfangskonfiguration und hier benutze ich wieder ein Open Source Plugin DB das ist ein Datenbank Tool welches wir in RDI installieren können um auf diese MariaDB zugreifen zu können und hier sieht das dann so ähnlich aus wie bei dem ACS DB2 Client hier können wir Tabellen erzeugen und so weiter die ganze Datenbank Arbeit machen weiterhin zweite Datenbank Postgres gibt es auch eine bestimmte Anfangskonfiguration falls Sie diese Folien haben wollen werde ich Ihnen die gerne zur Verfügung stellen da sollten Sie mich anmelden bestimmte Anfangskonfiguration auch hier wieder mit dem DayBeaver der hat auch ein Plugin für den Zugriff auf Postgres und hier auch wieder ein ähnliches Bild wir haben unsere Schemata mit den Bibliotheken nicht mit Bibliotheken sondern mit den Schemata und mit den Datenbanken und da können wir wieder Quellen definieren und Tabellen definieren da sehen Sie eine Tabelle mit drei Feldern und hier habe ich mal beispielhaft auf diese Datenbank ein Select gemacht da steht nur ein Datensatz drin und dann können wir mit diesen Datenbanken arbeiten Sie werden sich möglicherweise die Frage stellen warum dann noch weitere Datenbanken und die Antwort ist ganz klar es gibt im Open Source Umfeld und auch im kostenpflichtigen Bereich Software Client Server Software Web Service basierte Software die erwarten Postgres und Maria DB sprich MySQL als Datenbanken und diese Anwendung können wir dann auch auf IBM implementieren und es gibt dann natürlich auch immer wieder kurze Wege zwischen diesen Fremddatenbanken also es gibt Konnektoren zwischen diesen Fremddatenbanken und der DB2 so dass wir im Prinzip dann Daten zwischen den zwei bis drei Datenbanken sehr schnell und relativ problemfrei austauschen können und damit sind unsere Anwendungen eigentlich deutlich enger beieinander als wenn wir die Anwendung auf verschiedenen Hardware Plattformen verteilen und das ist sicherlich ein großer Vorteil weiter Vorteil für uns Entwickler ich könnte auf meinem PC eine Postgres Datenbank installieren könnte meine JavaScript oder Python Anwendung in dieser isolierten Umgebung programmieren bringe das Ganze dann auf IBM rüber und es läuft dort gleichermaßen also von daher auch für den Programmierer und seine Entwicklungstätigkeit durchaus Vorteile falls Sie diese Geschichten näher installieren oder auch anderes aus unserem Haus installiert gucken Sie einfach mal auf unsere Homepage rauf wir haben da ein regelmäßiges Schulungsangebot da kommen demnächst wir planen momentan auch in Richtung der Datenbanken weiterführende Kurse zu machen und in Open Source generell gucken Sie es einfach an wenn Sie es interessiert da wird sicherlich was für Sie dabei sein und damit bin ich für heute fertig hier